Guten Tag, meine lieben Mitmenschen, herzlich willkommen. Mittwoch, der 17. März, Gedenktag zweier Heiliger. Die heilige Gertrud von Nivell, Tochter Pippins des Älteren und der Ida, Anfang des 7. Jahrhunderts, also richtig schön früh. Pippin war Hausmeier von merovingischen Königen und ist aber auch der Vorfahrer von Karl im Großen geworden. Und Gertrud also seine Tochter, die in dem Kloster von Nivell, heute Wallonisch-Prabant in Belgien, Äbtistin wurde. Eine hohe Dame natürlich, aber vor allem eine Frau der Heiligen Schrift, eine Frau der Bildung und eine Frau des Dienstes an den Armen. Mit 30 war sie so uppe, dass sie aus dem Verkehr gezogen werden musste vor Erschöpfung und mit 33, wie ihr Herr und Meister, hat sie hier ihr irdisches Leben beendet. Und am 17. März der heilige Patrick. Patrick, das freut die Lori besonders, die heute wie immer hinter der Kamera sitzt, die hat in New York gelebt und gearbeitet. Und jeder New Yorker, egal ob er irisch ist oder nicht, am 17. März wird alles grün und die Parade, die da läuft, der kann sich kein Mensch entziehen. Patrick, 385 geboren im römischen Britannien, ist dann als 16-jähriger Junge von Piraten entführt worden nach Irland, im Jahr 401 also, und dann sechs Jahre später hat er sich aus der Sklaverei, in die er verkauft worden ist, befreit und ist in seine britannische Heimat zurückgekehrt. Dann aber von dort freiwillig in das Land seiner Schrecken zurückgegangen und dann ist er zum großen Apostel Irlands geworden. Da kann man auch bedenken, wie dieser Entschluss mit seiner Wirkkraft zusammengehangen hat, freiwillig an diesen Ort zurückzugehen. Das Bistum Amar, heute noch der Ehrensitz der irischen Bischöfe, ist also von ihm gegründet worden. Und er ist vor allem als ein Mann des Gebetes präsent geblieben. Die Lorica, das ist auf Römisch der Brustpanzer, des Heiligen Patrick ist sein Morgengebet. Und das ist in der Art des keltischen Betens eine ganz einzigartige Art voller Kraft, wird Ihnen bestimmt sehr gefallen. Ich erhebe mich heute durch gewaltige Kraft, durch Anrufung der Dreifaltigkeit, durch Glauben an die Dreiheit, durch Bekennen der Einheit des Schöpfers. Ich erhebe mich heute Kraft der Geburt Christi und seiner Taufe, Kraft seiner Kreuzigung und seiner Grablegung, Kraft seiner Auferstehung und seiner Himmelfahrt, Kraft seiner Wiederkunft beim jüngsten Gerichte. Ich erhebe mich heute Kraft der Liebe der Cherubim, des Gehorsams der Engel, der Unterwürfigkeit der Erzengel, der Hoffnung auf Lohn bei der Auferstehung, Kraft der Gebete der Patriarchen, Kraft der Wahrsagungen der Propheten, Kraft der Predigten der Apostel, Kraft des Glaubens der Bekenner, Kraft der Unschuld der heiligen Jungfrauen, Kraft der Taten der Gerechten. Ich erhebe mich heute Kraft der Himmel, des Lichtes, der Sonne, des Glanzes, des Mondes, des Leuchtens, des Feuers, des Eilens, des Blitzes, des Sausens, des Windes, der Tiefe des Meeres, der Festigkeit der Erde, der Härte der Felsen. Ich erhebe mich heute Kraft Gottes, der mich lenken möge, Gottes Macht erhalte mich aufrecht, Gottes Weisheit führe mich, Gottes Auge schaue auf mich, Gottes Ohr höre mich, Gottes Wort spreche für mich, Gottes Hand schütze mich, Gottes Weg liege vor mir, Gottes Schild schirme mich, Gottes Herr scharrette mich. Vor Schlingen des Teufels, vor Versuchungen der Sünde, vor Lockungen des Fleisches, vor jedem, der mir übel will, nah und fern, allein und in der Menge. Ich rufe heute alle jene Gewalten an, mich vor diesen Übeln zu schützen, vor jeder grausamen und erbarmungslosen Macht, die meinen Leib und meine Seele bedroht, vor Beschwörungen falscher Propheten, vor den schweren Gesetzen der Heiden, vor den falschen Gesetzen der Irrlehrer, vor der Künst der Götzendiener, vor den Zaubersprüchen der Frauen und Schmiede und Druiden, vor jeder Wissenschaft, die des Menschen Leib und Seele verdirbt. Christus schütze mich heute, gegen Gift, gegen Feuer, gegen Wasser, gegen Wunden, dass mir reichlich Belohnung zuteil werde. Christus sei mit mir, Christus vor mir, Christus hinter mir, Christus sei in mir, Christus sei unter mir, Christus sei über mir, Christus sei mir zu rechten, Christus mir zu linken, Christus sei, wo ich liege, Christus, wo ich sitze, Christus, wo ich mich erhebe. Christus sei im Herzen eines jeden, der meiner gedenkt, Christus sei im Munde eines jeden, der von mir spricht, Christus sei in jedem Auge, das mich sieht, Christus sei in jedem Ohr, das mich hört. Ich erhebe mich heute durch gewaltige Kraft, durch Anrufung der Dreifaltigkeit, durch Glauben an die Dreiheit, durch Bekennen der Einheit des Schöpfers. Amen. Ja, meine Lieben, und wenn man sich so erheben kann und diese Loreka anzieht, dann kann nichts passieren. Heiliger Patrick und Heilige Gertrud bittet für uns. Die beiden würden es aber nicht dulden, dass wir nur wegen des langen Loreka-Gebetes die Schriftlesung auslassen. Deswegen kommt die jetzt, das schöne, tröstliche Wort aus dem Buch des Propheten Jesaja. So spricht der Herr. Zur Zeit der Gnade will ich dich erhören am Tag der Rettung dir helfen. Ich habe dich geschaffen und dazu bestimmt, der Bund zu sein für das Volk, aufzuhelfen dem Land und das verödete Erbe neu zu verteilen. Den Gefangenen zu sagen, kommt heraus, und denen, die in Finsternis sind, kommt ans Licht. Auf allen Bergen werden sie weiden, auf allen kahlen Hügeln finden sie Nahrung. Sie leiden weder Hunger noch Durst. Hitze und Sonnenglut schaden ihnen nicht. Denn er leitet sie voll Erbarmen und führt sie zu sprudelnden Quellen. Alle Berge mache ich zu Wegen und meine Straßen werden gebahnt sein. Seht her, sie kommen von fern, die einen von Norden und Westen, andere aus dem Land der Siniter. Jubelt, ihr Himmel, jauchze, o Erde, freut euch, ihr Berge. Denn der Herr hat sein Volk getröstet und sich seiner Armen erbarmt. Doch Zion sagte, der Herr hat mich verlassen, Gott hat mich vergessen. Der Herr sagt, kann denn eine Frau ihr Kindlein vergessen, eine Mutter ihren leiblichen Sohn? Und selbst wenn sie ihn vergessen würde, ich vergesse dich nicht, spruchte es Herrn. Ja, ist ein bisschen lang geraten, aber das macht nichts. Lori und ich trinken beide nichts in der Fastenzeit, aber heute, um den heiligen Patrick hochleben zu lassen, Lori bitte, das Glas, ist hier ein bisschen Whisky für uns beide drin, aus Britannien, aus dem Land seiner Herkunft. Und dann trinken wir auf das Wohl des heiligen Patricks, der ihren und auf ihrer aller Wohl. Prost.